Wenn man für den Beruf brennt, soll man es auf jeden Fall tun. Auch als Komparse mal zum Filmen, lernt ein Filmset kennen, lernt euch vor einer Kamera zu bewegen. Ganz am Anfang, wenn man noch nie damit zu tun hatte, fällt selbst ein Gang von links nach rechts vor einer Kamera manchen sehr schwer. Also wenn ich einen Tipp geben darf, dann nicht abwarten und Agentur suchen über Jahre hinweg, sondern sich wirklich auch selbst engagieren, am besten ein kleines Demovideo zusammenschneiden, das ist ganz wichtig fürs Casting. ARD Text im Auftrag von Funk